Hallo und herzlich willkommen die Freunde zu einem wunderschönen neuen Hearthstone Video. Heute wird es mal kein Battlegrounds geben, Grund dafür ist der Patch 17.2.1, über den ich mit euch heute sprechen möchte. Diese beinhaltet verschiedene Balance Changes wie auch Bugfixes und wird am 18. Mai released. Fangen wir erstmal an mit den kleinen Bugfixes, denn das ist wirklich, wirklich nicht viel, denn der Ethereal Conjurer wird nun gefixt. Was das Problem war, weiß ich tatsächlich gar nicht genau, denn ich kann auch nur sagen, was hier bei HearthPVN steht schlussendlich. Und zwar, dass er irgendwie das Game gecrashed hat oder besser gesagt den Game State gelockt hat, wenn er ausgespielt wurde. Fragt mich nicht, wie das ganz genau aussah, ich weiß es nicht. Aber lasst uns jetzt zu den wichtigen Sachen kommen und zwar zu den eigentlichen Nerves, Schrägstrich Buffs, die jetzt im Standard gemacht werden. Wir haben einerseits Eldor Attendant, er kostet nicht mehr 2 Mana und ist 2,3, sondern kostet nur noch 1 Mana und ist 1,3. Ich persönlich finde das ein ziemlich krasses Upgrade, weil ihr müsst euch einfach mal überlegen, um wie viel schneller und um wie viel besser ihr diesen Attendant rausbringen könnt. Trotzdem ist die Librams Reduction hier bei 1 geblieben. Das heißt also, ihr könnt noch früher den Head rausspielen, ihr könnt noch früher einfach insgesamt die Aktionen mit den Librams bringen. Ich finde das super, super stark und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass mit diesem Buff der Libram Paladin nochmal ein Stückchen weiter hochkommt in der Meta. Ich habe ja jetzt die letzten Male immer mal wieder experimentiert mit diesen Dragons und Librams. Das hat schon relativ gut funktioniert, muss ich sagen, gegen viele Decks auch schon sehr, sehr gut in Anführungszeichen. Und wenn hier der Eldor Attendant nochmal ein bisschen gebufft wird, könnte ich mir vorstellen, dass das Deck wirklich, wirklich stark und wirklich valid wird. Und dann, liebe Leute, der Schamane, er ist ja momentan absolut nicht relevant in der Meta, außer natürlich im letzten Video, das ich euch gezeigt habe. Da ist nämlich der Spell-Damage-Schamane mit drin, falls ihr das nicht gesehen habt, dort oben über meinem Kopf jetzt wird in der Infobox dieses Deck zu sehen sein. Oder besser gesagt, das Video zu sehen sein. Guckt euch das an, das war wirklich gut. Denn der Control-Schamane oder insgesamt, wie gesagt, der Schamane ist leider nicht so wirklich in der Meta gesehen. Deswegen bekommt er ziemlich viele, ziemlich krasse Buffs, meiner Meinung nach. The Lurker Below, die Legendary, und das sieht man wirklich sehr, sehr selten, dass Legendaries eigentlich hier gebufft werden, bekommt von drei Leben, zwei Leben dazu. Heißt also, er geht schlussendlich auf fünf Leben. Ich finde persönlich, fand ich schon immer, dass das ein bisschen problematisch war. Ich glaube, das habe ich auch damals schon gesagt gehabt, als er angekündigt wurde. Diese, eine Kreatur für sechs, die sechs drei ist und drei Schaden, sagen wir mal, vielleicht mal allerhöchstens neun Schaden theoretisch schießt, ist meiner Meinung nach nicht stark genug. So, gerade jeder Rogue mit seinen ganzen Removals, jeder Hexenmeister, jeder Mage, jegliche Klasse kann einfach mit einem der kleinsten Spells, Eviscerate, Frostbolt, ähm, ja gut, es gibt dieses 3-Damage-Spell vom Warlock, den ich nicht kenne, der auch 3 Damage seinen eigenen Minion zufügt, diesen Lurker Below einfach ausschalten. Es war einfach zu wenig Leben für eine Legendary, die man wirklich nutzen möchte und die auch wirklich Impact hat aufs Spiel. Schlussendlich, auf fünf Leben hochgesetzt, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich denke tatsächlich, das macht diese Karte wirklich gut. Jetzt habt ihr ein schönes Hellfire, in Anführungszeichen, teilweise Hellfire auf einem guten Body. Ich denke, das macht die Legendary wirklich playable und ich denke, dass diese Buffs auch den Control-Shamane auf jeden Fall playable machen. Denn, weiter geht es mit dem Shattered Rumbler. Fünf Mana, vier, sechs, inzwischen fünf Mana, fünf, sechs oder dann aber 18. Mai. Dieser kleine Start-Buff, weiß ich tatsächlich nicht, ob der wirklich so relevant ist, aber er ist ein gutes Removal-Tool, wenn wir ihm ein bisschen mehr Attack geben, könnte er dann schlussendlich so dieses eine Finishing-Quäntchen mehr haben, dass er, oder dass der Schamane tatsächlich braucht, um hier Lethal zu haben. Ich finde es in Ordnung. Ich denke, dass das wirklich nicht so das Größte, also der größte Kniff sein wird, den sie hier jetzt gebracht haben in den Buffs. Aber es ist auf jeden Fall ein stabiler Buff für diese Karte. Ich denke wirklich, dass auch Health hier ganz nützlich gewesen wäre, wenn wir vielleicht von 4.6 auf 4.8 gegangen wären. Denn man muss immer noch bedenken, dass das eine Karte ist, die im Control-Shamane gespielt werden sollte. Das heißt also, da sind Stuts auf dem Leben oftmals wichtiger als irgendwo im Angriffsbereich. Einfach, dass man besser blocken kann, oder in Anführungszeichen blocken, dass man besser traden kann und da vielleicht ein bisschen mehr rausholt. Weiter geht es mit Torrent. Torrent kostet jetzt nicht mehr 5 Mana, sondern 4. Torrent ist dieser wunderschöne Spell, der 8 Schaden auf einen Minion schießt und 3 weniger kostet, wenn ihr einen Spell, also einen Zauberspruch, im letzten Zug gewirkt habt. Jetzt kostet Torrent nur noch 4. Holy Shit. Das heißt also, ihr könnt für 1 Mana, das müsst ihr euch einfach mal nur vorstellen, Leute. Für 1 Mana 8 Schaden auf einen Minion schießen, falls ihr einen Spell im letzten Zug gecastet habt. Absolut insane einfach nur. Wenn ihr euch überlegt, der Demon Hunter hat Eyebeam. Eyebeam macht 3 Schaden, falls ihr diesen Outcast habt. 3 Schaden und Lifesteal. Das heißt also, ihr kriegt 3 Leben wieder zurück. Zusätzlich, wenn ihr es als Outcast castet, kostet es nur noch 1 Mana. Das heißt also, ihr habt auch diese Erfülle eine Sache, damit es gut funktioniert, damit es besser ist. Hier habt ihr jetzt einfach, ihr castet im letzten Zug ein Spell in einem Control Deck, was ihr also zu, sagen wir mal, 90% eigentlich macht in jedem Zug, außer in den ersten paar. Und dann könnt ihr einfach einen Minion für 1 Mana abschießen. Für 1 Mana. Und triggert dafür mal wieder dieses If you cast a spell last turn für den nächsten Zug. Das ist super, super nice. Ich finde, Torrent ist eine starke Karte. Und holy shit, Leute. Das ist wirklich krass. Falls ihr euch noch ein bisschen zurückerinnert. Es gab damals in Halfstone eine Karte, die hieß irgendwie Flamelands. Die hat so viel mehr gekostet, konnte auch nur auf einem Minion getargetet werden und hat auch 8 Schaden gemacht. Aber er hatte nicht diese Reduction. Das ist halt so insane, wie sich die Halfstone Karten hier einfach entwickeln. So, und jetzt kommen wir mal von den Buffs zu den Nerfs. Und dort hat es verschiedene Decks ziemlich hart getroffen. Ihr seht also schon, wo wir hier direkt mal anfangen. Deck Nummer 1 ist Galakron Rogue, Secret Rogue, Galakron Secret Rogue, Galakron Highlander Rogue. Also jeglicher Rogue, der irgendwas mit Secrets zu tun hatte. Einerseits kann ich es verstehen, denn der Schurke hatte wirklich viel Potenzial, hat sehr, sehr viel Druck auf die Meta ausgeübt, war immer ganz oben dabei. Und man muss auch wirklich sagen, dass Shadow Jewelor Hanar eine sehr, sehr starke Karte ist, die über mehrere Züge durch ihr hohes Leben überlebt hat. Sie haben sich also schlussendlich entschieden, ihn von 5 Leben auf 4 Leben runterzusetzen. Ich denke, das ist wirklich noch fein. Es macht ihn jetzt nicht unplayable. Es macht ihn auch jetzt nicht absolut schlecht oder sowas. Sondern einfach ein bisschen, der Gegner kann ihn konstanter removen. Das ist, finde ich, eine schöne Sache, weil viele Minions haben halt einfach den Stat von 4. Im Rush-Bereich zum Beispiel gibt es diesen Gryphon 4-1 oder sowas in die Richtung. Oder alternativ hat man auch verschiedene Spells, die dann nur 4 Damage machen, wie zum Beispiel Eviscerate. Also im Mirror Matchup hilft das auch ein bisschen. Und so hat man tatsächlich das Ganze ein bisschen anpacken können, ohne Shadow Jewelor Hanar wirklich unplayable zu machen. Diese ganze Secret Engine, die dann trotzdem läuft, von wegen ihr spielt ihn raus, spielt ein Secret, holt ein Secret, spielt ein Secret, holt ein Secret, spielt ein Secret, holt ein Secret und so weiter und so fort, ist ja immer noch möglich, Leute. Also das ist wirklich, das ist ja der Mainplan eigentlich von Shadow Jewelor Hanar, dass ihr einen Zug, euer komplettes Board zu einem Tannenbau macht, euch komplett vollpackt mit irgendwelchen bunten Blubbels, also bunten Secrets. Und dann entweder stirbt er oder ihr bouncet euch zurück auf die Hand und macht es im nächsten Zug wieder. Also das sind so die zwei Möglichkeiten, die einfach unglaublich gut funktionieren. Ich glaube tatsächlich, es hätte ihn ein bisschen harter gehittet, wenn die Mana Kosten erhöht worden wären, dadurch, dass man ihn dann auch nicht mehr durch Shadow Step kostenlos dann rausspielen könnte, wenn man ihn einmal gesteppt hat. Aber trotzdem ist das meiner Meinung nach ein vollkommen legitimer Nerv, der diese Karte auch absolut nicht zerstören wird. Was vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen schwieriger wird, aber meiner Meinung nach trotzdem immer noch absolut fein ist, ist der Blackjack Stunner. Ein Mana kostet er immer noch, aber sein Battlecry hat sich in der Hinsicht verändert, dass er nicht mehr die Kreatur zurückbounced und wie ein Zap agiert. Das heißt also, die Kreatur, die halt zurück, oder der Minion, der zurückgebounced wurde, kostet nicht zwei mehr, sondern nur noch eins mehr. Es ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil, muss man sagen, dass ihr hier einen Zap auf einem Body habt. Das ist super insane, Zap wurde von bis eigentlich durchgespielt, wirklich von Anfang Hearthstone bis vor kurzem, bevor der Blackjack Stunner rauskam, bevor die ganze Secret Engine so krass am Laufen war. Und es war halt konstant einfach eine gute Karte. Ihr habt eine Kreatur rausgespielt, äh, ihr habt ein Secret rausgespielt, Blackjack Stunner auf irgendwas Fettes, der Gegner musste es nochmal rauskasten, kostete eins bis zwei mehr. Manchmal konnte er es gar nicht mehr erst casten. Also eine super, super stabile Sache, meiner Meinung nach. Und dass es jetzt um eins hier höher gesetzt wird, schadet ihm absolut nicht. Ich meine, es ist immer noch ein besseres Zap, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Kostet ein Mana weniger. Hat zwar dieses, oh, du musst ein Secret haben, aber das haben wir ja sowieso meistens inzwischen mit dem Schurken schon auf dem Spielfeld. Das heißt also, das tut ihm überhaupt nicht so schmerzhaft weh, wie man sich jetzt eigentlich überlegen würde. Also meiner Meinung nach auch ein feiner Nerf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich, die Rogues, den Rogue hier ein bisschen zu nerfen, ist meiner Meinung nach vollkommen okay. Ich hätte sogar gesagt, dass eher so ein bisschen was in die Richtung Galakrond genervt werden müsste, aber eigentlich sind die Rogues vollkommen in Ordnung momentan. Also diese Nerves sind, ja, okayisch, okayisch. Gehen wir mal weiter zu einem Deck, das ich eigentlich letztens erst für mich entdeckt habe und jetzt direkt genervt wird. Das tut mir ein bisschen im Herzen weh, der Agro oder, wie heißt der nochmal, ne, er heißt Enrage Warrior, der wütende Krieger, der wütende Warrior. Einerseits wurde da Blood Bowl Brute genervt, von 6 Damage auf 5 Damage runter und andererseits der Blood Sword Mercenary. Gut, fangen wir erstmal an bei der Blood Bowl Brute. Meiner Meinung nach auch vollkommen legitimer Nerf. 7 Mana, 6, 8 mit Rush ist auf jeden Fall nicht gerade zu unterschätzen, vor allen Dingen, da für jedes Damaged Minion, egal ob jetzt gegnerisches Minion oder unsere eigenen Minions, eher um 1 weniger gekostet hat. Ich hatte ihn teilweise schon für 2, 3 Mana rausgespielt und das wird 3 Mana, ein 6, 8er mit Rush ist halt schon ziemlich krass, muss man sagen. Besonders, ihr rusht dann irgendwo rein oder spielt dann irgendwie noch, keine Ahnung, einen kleinen Damage Spell auf ihn drauf hier, so ein Endrage, äh, nicht Endrage, wie heißt das nochmal? Ach, keine Ahnung, 0 Mana, 1 Damage plus 2 Attack, dann habt ihr einen 8, 7er mit Rush, haut dann noch einen Blood Sword Mercenary daneben, holt euch nochmal einen 8, 7er mit Rush. Puh, das ist, äh, schon ziemlich krass, muss man dann einfach mal sagen. Also ich persönlich finde Blood Bowl Brute hier super, super stark immer noch, egal ob ihr jetzt 6 oder 5 Damage macht, natürlich ist es so ein kleines, kleines Quäntchen, das euch da fehlen könnte, um dann vielleicht nochmal Lethal zu machen, um gewisse Minions zu traden, aber inzwischen können wir ja jetzt auch mit der Blood Bowl Brute trotzdem noch die Priestess of Fury traden, aber dazu kommen wir später. Ich finde es wirklich, wirklich stark, trotzdem noch, obwohl dieser Nerf hier raufgekommen ist, es ist wirklich was, was die Karte ein bisschen angepasst hat, aber sie wiederum nicht unspielbar macht. Ich muss wirklich sagen, bis jetzt im Großen und Ganzen bin ich wirklich zufrieden mit den Nerfs, die Blizzard hier rausgehauen hat. Es sieht jetzt nicht aus, als ob hier wirklich komplett irgendwas aus dem Game rausgenommen wird, so wie sie es teilweise schon gemacht haben, mit Dr. Boom oder sonst was früher. Gehen wir weiter mit dem Bloodsworn Mercenary. Er kostet nicht mehr, äh, er kostet weiterhin 3 Mana, ist aber keine 3 3er, sondern nur noch eine 2 2er Kreatur. Der Bloodsworn Mercenary war meiner Meinung nach niemals irgendwie wichtig, wichtig aufgrund seiner Stats. Natürlich ist es immer schön, höhere Stats zu haben, als die 10-0-2-2. Aber was wichtig war, ist wirklich seine Ability. Ihr kopiert einen freundlichen Minion. Das ist super, super wichtig und ich denke, dass die Kombo auch weiterhin gespielt werden kann und wird. Gerade mit Grommash ist es super insane. Ihr spielt Grommash raus, gebt ihm hier irgendwie 2 Damage, haut er nochmal einen Bloodsworn, äh, 1 Damage, haut er nochmal Bloodsworn Mercenary drauf und klatscht den Gegner einfach für extrem viel Damage ins Gesicht. Finde ich eine super geile Sache. Kann man immer noch spielen, genauso wie mit der Bloodboiled Brute. Ich glaube wirklich, die Nerves hier auf den Mana-Kosten hätten wiederum deutlich, deutlich mehr verändert, mit denen Warrior einigermaßen schlechter playable gemacht. So, und jetzt kommen wir zu den Karten, worauf sich eigentlich schon die meisten Leute gefreut haben, was ich eigentlich immer persönlich sehr, sehr traurig finde, denn der Demon-Anter kriegt noch mal einen Nerf, Leute. Nerf Nummer 3 inzwischen. Holy Shit einfach nur. Und jetzt wird die letzte Karte generft, über die sich die Leute die ganze Zeit beschweren. Also, das, ich, ich kann sagen, einerseits verstehe ich es natürlich, dass die Priestess of Fury super, super strong ist. 7 Mana, 6, 7, Stattmonster ohne Ende, haut nochmal 6 Damage raus am Ende, des Zuges. Es ist stark, Leute. Es ist wirklich stark. Und siehst du, der letzte gute Demon tatsächlich, der irgendwie im Demon-Hunter gespielt wurde. Inzwischen wird ja auch dieses, dieser Entian, oder wie er heißt, kaum noch gespielt, weil er sich halt nicht mehr lohnt für diese erhöhten Mana-Kosten. Und jetzt wird die Priestess of Fury halt auch nochmal runtergesetzt. Ich glaube, langsam haben sie den, den Tempo-Demon-Hunter echt zu Tode genervt, weil, also, puh, es ist schwierig. Sie bringt ja trotzdem noch eigentlich ihr Potenzial hier raus, muss man ganz ehrlich sagen, weil sie ist 7 Mana, 6, 5 jetzt nur noch, haut trotzdem 6 Damage raus. Das heißt also, ihr kriegt schlussendlich 12 Damage eigentlich so oder so aufs Board für 7 Mana. Das ist nicht wenig. Und man muss halt auch einfach sagen, dass diese Fähigkeit, das Board abzutraden oder das Board vorzeitig irgendwie zu schnetzeln, kleine Minions vom Board zu schaffen, die halt in sie reintraden können, sehr, sehr stark immer noch ist. Natürlich muss man ein bisschen hier glücklich, glücklich die Minions treffen, dass alle sterben, aber das passiert doch öfters, als man tatsächlich denkt. Dass sie jetzt wirklich um zwei Leben runtergesetzt wurde, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir da nicht sicher, ob das nicht ein bisschen so der, der Overkill ist, tatsächlich auf dem Demon Hunter oder besser gesagt, eigentlich vom Tempo-Demon Hunter wohl eher, weil diese Highlander-Variante oder alternativ die, die OTK-Variante, die ist ja nicht, die profitiert zwar von der Priestess of Fury allein schon als Board Removal, aber jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ja, sie ist überaus wichtig und alles mögliche. Also ich finde Nerf vollkommen okay, diese Karte war sehr, sehr stark, muss man wirklich sagen, sie zu handeln war extrem schwierig, wenn sie zweimal 6 Damage irgendwie dir um die Ohren gefetzt hat, dann war es doch teilweise schon so, dass du wirklich das Game eigentlich verloren hattest. Aber ob das jetzt nicht den Tempo-Demon Hunter nach dem dritten Nerf-Package eigentlich nicht komplett irgendwo mal aus der Meta haut, da habe ich ein bisschen Angst davor tatsächlich. Ich meine, er war stark, aber er wurde inzwischen handlebar. Also er war jetzt inzwischen schon handlebar und jetzt gehen sie nochmal einen Schritt weiter. Ja, die Leute beschweren sich einfach halt über alles. Damit geht es weiter mit. Ein-Mana-2-1-Crimson-Sigital-Runner wird zu einem Ein-Mana-1-1-Crimson-Sigital-Runner. Finde ich ehrlich gesagt okay. Er ist ein One-Drop, der eine Karte zieht für Outcast. Ist vollkommen in Ordnung. Meiner Meinung nach war es auch noch in Ordnung für Ein-Mana-2-1-er zu haben, weil ein Health einfach richtig, richtig gut zum Removen ist. Egal ob jetzt durch die Rogue-Kiru-Ability, durch die Druid-Kiru-Ability, Mage-Kiru-Ability, alles was halt irgendwie ein bisschen Schaden machen kann. War vollkommen legitim meiner Meinung nach. Die einzige Sache, die ich halt krass finde, ist, dass ihr diese diese Outcast-Shenanigans hier mit drauf habt. Diese Outcast-Engine. Er ist an sich ein typischer One-Drop. Wenn man sich jetzt noch ein paar andere One-Drops anguckt, so im Vergleich, haben wir natürlich da auch noch deutlich, deutlich stärkere, wie jetzt zum Beispiel den Flame-Imp oder alternativ dazu hatten wir auch schon die Northshire-Cleric oder sowas. Die hatten aber alle entweder einen sehr, sehr starken Drawback, wie jetzt zum Beispiel schieße dir selber drei Schaden oder alternativ aber, wenn du heilst, kriegst du eine Karte. Also wenn du einen gedamagten Minion heilst, bekommst du eine Karte. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Crimson Sigil Runner war für mich ungefähr vom Value auf diesem Level. Er hatte jetzt nicht diesen größten Nachteil. Dadurch, dass aber Outcast aktiviert sein muss, um eine Karte zu ziehen, fand ich das schon in Ordnung tatsächlich. Dass sie ihn jetzt runter setzen auf 1-1 macht ihn ein bisschen unrelevanter für diese Aggro-Decks und es könnte auch sein, dass dieser 1-2er, der zwei Schaden auszahlt, jetzt hier mehr in diesen Decks gespielt wird, aber der Card-Draw ist immer noch vorhanden, Leute. Und für einen Mana einen Card-Draw zu erhalten und einen 1-1-Kreatur ist meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr stark und sehr, sehr playable. Dieser Card-Draw vom Demon Hunter ist halt wirklich relevant für jegliches Deck. Also man kann es nicht anders sagen. Egal, gehen wir mal weiter. Ich denke tatsächlich kurz noch zum Tempo-Demon Hunter oder insgesamt zum Demon Hunter, dass es nochmal ein harter Hit wird. Die Priestess of Fury war mit der stärkste Minion eigentlich. Die Wind Condition oftmals, dass die jetzt nochmal ein bisschen runtergedrückt wird, könnte schwierig enden für ihn. Gehen wir weiter zu Imprison Scrap Imp. Sie haben sich dafür entschieden, hier den Warlock nochmal ein bisschen zu nerven. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr unpassender Nerf. Also das muss ich wirklich sagen. Ich war bis jetzt so vollkommen positiv gestimmt von wegen, ja, hier, Rogue war alles super gut. Genauso Warrior, Demon Hunter. Ja, okay, könnte man vielleicht ein bisschen anders regeln, aber finde ich auch noch in Ordnung. Aber jetzt beim Imprison Scrap Imp muss ich echt sagen, warum? Warum habt ihr den denn bitte jetzt genervt? Ich meine, wenn man jetzt natürlich sagt, hey, Blizzard denkt sich da sicherlich was dahinter und in ferner Zukunft kommen vielleicht noch weitere irgendwelche Sachen, die eure Vorteile generieren und da wollen sie halt drauf reagieren, indem sie schon frühzeitig den Nerf raushauen. Okay, gut, kann ich verstehen. Aber dann sollten sie auch irgendwie sowas dann dazu sagen. Wenn sie jetzt hier den Nerf einfach nur raushauen auf den Imprison Scrap Imp, machen sie eigentlich das letzte Spielbarie, in Anführungszeichen, Hexenmeister Deck kaputt. Dieses Tempo-Hexenmeister Deck, das ich letztens auch irgendwo mal vorgestellt habe. finde ich persönlich eine relativ uncoole Sache. Also ich denke wirklich, Hexenmeister hat inzwischen schon sehr, sehr viel gelitten und hat auch wirklich einiges inzwischen erleiden müssen. Lass mich mal ganz kurz gucken, wie die Meta denn momentan aussieht vom Hexenmeister oder ob es da überhaupt noch ein Deck gibt, das irgendwie eine positive Winrate hat. Es ist tatsächlich der Su-Hexenmeister, also den, den ich gespielt habe hier und der hat eine, seine höchste Winrate liegt momentan bei 51%. Das heißt also, holy shit, Alter, das ist halt wirklich ein krasser Nerve, der echt nicht so cool ist und echt schlecht für den, für den, für den Hexenmeister enden kann. Dieser eine Start, den er verliert auf dem, auf dem Leben ist wirklich, wirklich viel. Hm. Bin ich mir, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich meine, prinzipiell ist dieses Deck immer noch stark. Es ist, es lebt ja von seinen Aggro-Tools, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Heißt also, es ist nicht so wichtig, wie viel Leben die Minions haben, sondern schlussendlich, wie viel, wie viel Stärke sie haben, wie schnell sie rausdrücken können, aber dann muss man das natürlich immer vergleichen. Wir werden jetzt ein paar mehr Control-Decks vermutlich haben, dadurch, dass der Schamane mit in die Meta noch reinkommt und hier jetzt dann ein Leben zu verlieren, könnte halt schon dieses eine Leben sein, das den Lurker irgendwie relevant macht, um hier den Schaden schon rauszuschießen und eure Minions, eure ganzen kleinen Minions hier tatsächlich zu töten. Wenn ihr euch überlegt, Flame-Imp stirbt, was gibt's noch? Also die ganzen One-Drops, die in diesem Deck drin sind, werden halt alle sterben. Lass uns mal ganz kurz gucken, was wir denn da alles so haben. Wow, jetzt hab ich's schon geschlossen inzwischen, sorry, aber ja, diese ganzen Minions werden halt alle draufgehen, weil sie halt keine zwei Leben kriegen, sondern nur noch ein Leben. Das heißt also, es war hier tatsächlich ein doppelter Buff nochmal für den Schamane mit dabei, durch den Imprisoned Scrap-Imp und ein sehr, sehr harter Nerf für den Warlock, meiner Meinung nach. So, weiter geht es mit der letzten Karte, Scavenger Ingenuity. Zieht trotzdem noch ein Biest, gibt ihm aber jetzt nicht mehr plus drei, plus drei, sondern nur noch plus zwei, plus zwei. Der Hunter ist momentan wieder sehr, sehr stark in der Meta vorhanden. Er ist irgendwie gerade das, eins der Top-Decks oder besser gesagt, zwei Hunters sind in den Top-Decks wieder dabei, Highlander Hunter wie auch Dragon Hunter. Dann gibt es noch den Tempo Hunter. Das sind alles Karten, die dieses, die über Scavengers Ingenuity wirklich profitiert haben, diese Decks. Weil sie einerseits natürlich Sixthorps, das Porcupine gespielt haben oder sonst irgendwas. Das waren alles sehr, sehr gute Karten, die ihr hier rausziehen konntet, die ihr hier buffen konntet und so weiter und so fort. Dass es jetzt hier ein bisschen abgeschwächt wird, kann ich verstehen. Diese plus drei, plus drei, plus vier, zwei Mana. Und jetzt sieht eine Karte ist schon ziemlich insane. Trotzdem finde ich es, ja, obwohl, wenn man es jetzt sagt, dass alle anderen Klassen, alle anderen Decks wirklich auch ein bisschen eingepasst wurden, ist es auch in Ordnung, dass der Hunter hier ein bisschen eingepasst wird. Es war halt wirklich teilweise eine Win-Condition. Einerseits, wenn ihr natürlich hier Sixthorps normal rausgezogen habt, andererseits, wenn ihr natürlich den verbesserten Sixthorps rausgezogen habt, ihn plus zwei, plus zwei oder plus drei, plus drei verpasst hat, dann habt ihr einen 7-7er, den ihr viermal aufs Board kriegt mit Rush. Holy shit, das klingt ziemlich krass, passiert aber relativ selten lustigerweise. Wie gesagt, das ist ein kleiner Nerf, aber ich denke wirklich, dass der Hunter das überleben wird. Also, eigentlich, ich muss jetzt wirklich nochmal ganz kurz über dieses Overall-Build sprechen. Ich finde wirklich, sie haben da einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich finde es schön, dass sie die Klassen, die momentan nicht gespielt werden, gebufft haben. Ich finde es schön, dass sie die Klassen, die gerade overplayed werden, ein bisschen generft haben. Aber warum, Leute, müsst ihr den Warlock denn nerfen? Der Warlock wird momentan kaum gespielt. Das ist eins der wenigen Budget-Decks, die momentan playable sind für irgendwelche neuen Leute, die sich denken, hey, ich möchte hier mal ein bisschen ins Agro-Deck einsteigen, die vielleicht nicht gerade Demon Hunter spielen wollen. haut besser den Bunhammer raus oder besser gesagt den Nerfhammer. Sehr, sehr schwierig, Leute. Sehr, sehr schwierig. Ich finde es wirklich schade, aber ich meine, wir können da jetzt auch nichts mehr machen. Deswegen spielt eure Decks jetzt noch, solange sie normal sind, solange ihr sie noch spielen könnt hier mit diesen normalen Karten und dann guckt euch einfach mal in der kommenden Zeit die Control-Decks, Schrägstrich, die gebufften Decks an. Ich glaube, da wird wirklich ein bisschen was zurückkommen. Vor allen Dingen, der Schamane sieht hier relativ schmackig aus, möchte ich jetzt einfach mal sagen. So, das wird es also gewesen sein mit diesem kleinen Patch-Notes-Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Es wird morgen dann wieder ganz normal weiterlaufen mit, ne, morgen ist Sonntag, es wird am Montag dann ganz normal wieder weiterlaufen mit den Battlegrounds-Videos. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, ihr findet es auch gut, wenn ich hier mal so ein informatives Patch-Notes-Video und sowas raushaue. Falls ihr das Ganze euch selber nochmal angucken wollt, findet ihr auf jeden Fall die Patch-Notes unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oder besser gesagt, die Seite Hearth-Porn mit den Patch-Notes, die ihr hier unten, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung haue ich euch das alles rein. Und ja, falls euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da schreibt was schönes in die Kommentare, vergesst natürlich nicht zu abonnieren und haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.